so hallo und herzlich willkommen hier ist wieder euer tomcat mit einer weiteren folge von heroes of the storm mit dem tyson dem lieben mark und dann drückt er jetzt auf bereit und dann starten wir die ganze geschichte wir spielen gegen die ki weil wir hier diese quests erfüllen wollen dann kriegen wir ja kohle ohne ende dann kommt man schon genug hätten ich habe nur 2.000 gold die drei hat 3.000 fast aber man kann sich ja alles mit dem in-game gold kaufen und kein geld ausgeben dauert halt länger ich habe jetzt glaubt 12 oder 13 helden ja und freigespielt gut wenn du die quesst noch viel von dem geld na guck mal wo 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 Jawohl, Sackgasse. Du kriegst nur einmal die 100 für den Goblin. Also die 100 Gold für den Goblin, das war jetzt für einen anderen Mitspieler. Achso, warte mal, ich muss ja hier den Faust der Gerechtigkeit anhören. Wo soll ich hin? Mitte? Ich kann schon zu mir kommen. Wo bist du? Ich bin unten. Ja, bitte. Ich kann schon nach oben. Ich bin Spezialist. Nee, Mitte geht noch einer. Dann zu dritten in der Mitte muss nicht sein. Wir sind vom Lichtgesiegt. Na oben. Was sind wir für ein Stück Leimpiecher davor? Ja, ja, ich weiß schon, aber ich laufe halt meistens. Geh hindert vom Heilbronn. Au, das war knapp. Noch ein Schlägchen und ich werde es zerwechselt. Ich komme, ich komme. Ach, du brauchst ja gar keine Heilung. Okay, ich muss ja immer heilen. Und für den Viechern. Den Viechern? Welchen Viechern, oder? Wir sind in der Mitte erschienen. Guck mal, was hier bei denen. Den ist gerade noch der andere. Oh, kacke. Ich werde von dem... Ich bin tot. Ja, du kannst als... ...Aladin noch weitermachen. Ein bisschen. Ja, ich weiß. Ich kann heilen. Ah, jetzt hat es mich zuspult. Bist du wieder unten? Ja, ja. Soll ich mir hier eigentlich irgendwelche Fahnen einsammeln, oder nicht? Wie? Na, du bist... Ja, herrsch mal. Jetzt herrsch mal hier diese... Oh Gott, hier kann ich ja wieder ein Talent werden. Automatische Angriffe stellen. Ja, ja, okay. Wow. Okay. Okay, okay, wir gehen. Okay. 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 hier unten ist die munition aus ist dann bei dir oben auch aus hier ist aber das blumenmonster da ja das spiel ich gerade der turm schießt auf dich, ich mach mal den turm zuerst kaputt wir sind jetzt auch schon richtig weit das liegt schein auf uns ok, ich kann wieder zu dir runter irgendwo oh scheiße ey was denn? da hat er nicht nur viel aber nicht blind hin, der Herr, wenn er kommt, in der Gruppe holen und das ist hier das ist sehr wir sind toll nicht gesehen wir sind toll nicht gesehen komm 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 du sau ne ne uh, was ist das für ne grütze ja, das macht auch schaden ii ich glaube wir haben rein nein, jetzt hat er mich angezogen die Sam ok, dann wird er mit jetzt zu denen ja, warte, komm ich schade mach und du willst den füllen, du willst mit dem nächsten gleich schon oh hier ist der dicke ja, der erste klein jetzt kann ich mit dem dicken machen warte, da geht du komm mit dem dicken machen ich kann sagen, ich muss mal die picken ja Achtung raus! Haha zu spät! Ich kann mich nicht heilen! Wo bist du denn da? Renn nicht weg, renn nicht weg, renn nicht weg! Ich will dich heilen! Ah! Ich komm, der wird auf dem Geheuer! Ah, ok! Ja, was ist denn? Achso, ich muss noch warten! Ah, ich kann ein Talent füllen! Äh, das nächste automatische... Ey, zweimal gestorben, ich voll Pfosten! Ja, aber ehrlich! Naja, macht nix! Der Team nach hat ein Ungerhol gezichtet! Interessant! Das ist unsere Gegner! Ich dachte, wir haben das Monster! Ja, genau! Ah! Sofort! Wir sind von uns gesiegt! Wir sind von uns gesiegt! Das Licht scheint auf uns an! Ach, ich drücke aber die falschen Pasta, ey! Wir sind von uns gesiegt! Wir sind von uns gesiegt! Das Licht scheint auf uns an! Wir sind von uns gesiegt! Wir sind von uns gesiegt! Wir sind von uns gesiegt! Achso, das ist halt hier oben auch schon, glaube ich, ist dann. Ja, ja. Ja, wieso wird Stolken ja mehr Geld mehr getroffen werden? Das finde ich gut. Das ist im Künstler. Nein! 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 Ich hab' wieder verhäckselt, ey! Ich hab's aber auch voll nett drauf! Mann, 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 Mann! Die Nacht bricht in 30 Sekunden herein! Seid ihr bereit, euch zu vergnügen! Achso, jetzt müssen wir gleich wieder Samen einsammeln, oder? Ja! Dann laufe ich gleich mal da runter! Ich bin der Einzige, der ständig stirbt, aber ich treme halt auch vornherein mit meinem Heiler, aber das ist mir egal! Ja, da musst du ein bisschen defensiver spielen! Acht auf, geschissen! Defensiv kann jeder spielen! So! Ja, aber wenn du, äh, nicht gegen die KI spielst, sondern gegen andere, äh, macht das schon was aus, weil, äh, du gibst ja denen dann auch immer, äh, Erfahrungspunkte! Naja, scho, äh, wo sind die? Naja, scho! Ich weiß nicht! Ja! Ja, da sind zwei Gegner! Oh, fuck! Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Nein, jetzt bin ich... Ah, geh raus! Ich bin die Blenderchen! Oh, was ist denn hier für der Wand? Hm... Komm! Hm, ja, der klappt gut! Nein, jetzt hat die mich schon wieder betäubt, ey, die verdammte... doofe... Mist... Sau da... Ah, Mensch, bin ich gut, ey! Nimmst du wieder das Ding da? Ja, das ist ja heute ungeheuer, aber nimmst... Da liegen halt noch, äh, Grenzler rum... Oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh... Kommen klar, aber... Oh, 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 oh... Och, gut, danke! Absolut..." Ich hab den Gegner verkümmert Aber der Arsch war das hier, ja Ich hab schon hier Herrlich Der Mensch nur dreimal gestorben ist der Bombenmensch Seek Was aber zweimal zu viel war Ach jetzt kommt es So 3000 Gold verdient Gut Jetzt hab ich 5400 Ich brauch irgendwie 7 oder so, gell? Je nachdem welchen Held du haben willst Scheiße Scheiße war ich schlecht Jetzt bin letzter Na du bist nur wundend Du kannst nicht sagen ob du schlecht oder gut warst Achso du ist nicht sortiert Ah ok Je nachdem Also zum Beispiel Du warst der einzige Heiler Deswegen warst du die beste In der Rollenfertigkeit Ja schade Hab ich nicht so viel gemacht Ich bin ja ständig gestorben Da kannst du mal gucken So gut Dann sag ich mal Vielen Dank fürs Zusehen für die Folge Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Und wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Oder ein Abo Und bis dahin Ciao